Moin, wir sind die Biermanns. Uns gibt es im Grunde schon seit fast drei Jahren, als sich ein paar Jungs hier aus dem Lüneburger Unichor gedacht haben, mal ein eigenes Lied zu singen. Daraus ist langsam eine richtige Band gewachsen, mit mittlerweile zwölf jungen Männern. Heute singen wir immer noch, worauf wir Lust haben. Folk, Pop, Shanties. Was uns am längsten begeistert, wird unser nächster Song. Und wie es aussieht, macht nicht nur uns das Spaß. Aus ein paar kleineren Auftritten bei Musikabenden ist derweil eine Reihe von größeren Gigs geworden. Sportgala, Open-Air-Sommerkonzert, Uni-Festival, Wasserturm. Wir haben auf jeden Fall ein ziemlich vielfältiges Publikum und können uns neben fantastischen Biermanns-Shirts, jetzt auch endlich ein Probenwochenende selbst finanzieren. Wir sind bis hierher völlig unabhängig gekommen und haben auch keinen Leiter. Der eine koordiniert die Probe, ein anderer schreibt Arrangements, wieder andere verwalten unsere Dokumente oder kommunizieren mit Partnern. Da ist natürlich viel Absprache und Feingefühl gefragt. Wir denken uns tatsächlich auch immer wieder neue Methoden aus, um unsere Proben und unsere Organisation wertschätzend, fair und effektiv zu gestalten. In letzter Zeit stoßen wir allerdings immer wieder auf dieselbe Schwierigkeit. Was bei Proben oder kleineren Locations gut klappt, ist auf großen Bühnen nicht immer so einfach. Beim A Cappella ist es unfassbar wichtig, dass sich alle gegenseitig gut hören können. Und das geht irgendwann nur noch mit eigener Technik und auf uns abgestimmte Monitore. Wir brauchen eine Biermannsanlage und Biermannsmikros. Und jetzt bitten wir dich dafür um Hilfe. Um eine richtige Anlage finanzieren zu können und dir trotzdem so tolle Dankeschöns überreichen zu können, brauchen wir 2000 Euro. Hier geht es um alles oder nichts. Also setzen wir die Fundingschwelle zunächst etwas niedriger an. Wir wollen uns für deine Unterstützung auf besondere Weise bedanken. Neben Dankeschöns mit coolen Designs, hochwertigen Materialien oder persönlichen Botschaften, möchten wir mit dir die junge A Cappella Szene in Lüneburg feiern. Ein A Cappella Abend gemeinsam mit den Lüneburger Akademiks und euch allen. Unterstützt uns jetzt und macht diesen Abend möglich. Wir freuen uns schon übertrieben doll dich dort zu treffen. Liefer Johnny Liefer Liefer Johnny Liefer Everybody Yeah Rock your body Yeah Rock your body Rock your body Rock your body Beer man's back Alright Alright Why Martin Martin Martin